Ihr seid eine aktive Familie und du spielst mit dem Gedanken, für euch eine Action-Cam zu kaufen? Oder du hast bereits eine Action-Cam und suchst Tipps für euren nächsten Urlaub oder Familienausflug? Du willst wissen, welches die beste Action-Cam für Families ist, mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis? Dann bist du in diesem Video hier genau richtig, dann ist dieses Video für dich. Hi, ich bin Christian Sunderdijk, ich bin Filmemacher und seit 15 Jahren, seit ich Papa bin, bin ich zu Hause auch der Familien-Filmemacher und ich helfe dir bei der Entscheidung, ob und welche Action-Cam für euch die richtige Familienkamera ist. Darum geht es in diesem Video, lohnt sich die Anschaffung einer Action-Cam jetzt für euch als Familie. Auf welche Funktionen kommt es bei Action-Cams wirklich an? Welches ist die beste Action-Cam für Familien? Ich habe viele getestet. Kannst du deine Action-Cam auch deinen Kindern in die Hand geben? Was kannst du alles damit Verrücktes im Familienurlaub anstellen? Welche Möglichkeiten hast du, die Action-Cam auch zu Hause in euren Familienalltag zu nutzen? Vielleicht hast du auch schon mal auf YouTube nach Tipps gesucht, aber ein Ratgeber über Action-Cam speziell für Familien war nicht dabei. Da ging es dir mal genauso wie mir. Wir haben drei Kinder, sie sind aktiv, wir reisen gerne, wir machen Ausflüge und wir machen gerne schöne Foto- und Videoaufnahmen. Nicht nur im Urlaub, auch im Alltag. Und die Action-Cam, die ist immer dabei. Vielleicht denkst du beim Thema Action-Cam zuerst an coole Videos vom Snowboarden, vom Fallschirmspringen, vom Wasserski, vom Mountainbike und so weiter. Okay, mit solchen Aufnahmen aus Action-Sportarten haben Action-Camps auch ihren Durchbruch gehabt. Schöne Gut. Tutorials gibt es dafür auch massenhaft. Aber die meisten Action-Camps werden nicht von Extremsportlern gekauft, sondern von ganz normalen Familien, wie deine Familie oder meine Familie. Also, es geht um Action-Camps für den Familienalltag und natürlich für den Familienurlaub. Wofür kannst du eine Action-Cam überhaupt nutzen? Dazu zeige ich dir jetzt erstmal ein paar Beispiele, die ich mit meiner Action-Cam mit meiner Familie gemacht habe. Die Vorteile von Action-Camps liegen auf der Hand. Sie sind noch kleiner und leichter als solche Kompaktkameras. Oder sogar als solche Kameras. Sogar im Vergleich zu Handys sind sie viel unempfindlicher und kompakter. Und im Vergleich zu diesen Kameras sind sie auch viel leistungsfähiger. Und vor allem halten Action-Camps eine Menge aus. Am Wasser. Am Strand. Im Sand. Unter Wasser. Im Schnee. Und das Beste, sie haben beeindruckende technische Daten. Zum Beispiel bei der Auflösung. Bei der Bildstabilisierung. Und bei der Zeitlupe. Und es gibt für jede erdenkliche Situation ein Zubehörteil. Das Geheimnis richtig toller Action-Cam-Aufnahmen sind aber nicht nur die technischen Daten. Sondern wie gut du weißt, welche Einstellungen du für welchen Zweck auswählst. Es kommt also nur in zweiter Linie auf die Technik an. In erster Linie kommt es auf dich an. Denn die Kamera macht, was du ihr sagst. Und das stimmt übrigens sogar wörtlich. Denn die neuesten Action-Camps lassen sich auch mit der Stimme steuern. Okay, hier kommen meine 7 Action-Cam-Temps für Familien. Erstens. Jetzt erkläre ich dir erstmal, auf welche Merkmale es bei einer Familien-Action-Cam wirklich ankommt. Es gibt eine Menge billige Action-Camps unter 100, 200 Euro. Aber davon würde ich dir abraten. Der Hauptgrund dafür ist, dass eure Familienzeit einfach zu kostbar ist für schlechte Action-Cam-Aufnahmen. Billige Action-Camps sind zwar ebenfalls wasserfest und stoßfest. Aber technisch sind sie genau da schlecht, wo es drauf ankommt. Erstens bei der Stabilisierung. Denn du willst keine verwackelten Urlaubserinnerungen, sondern stabile Aufnahmen, auch wenn du dich beim Film mit der Action-Cam in der Hand bewegt hast. Zweitens bei der Bildrate. Mit einer geringen Bildrate kannst du später keine wirklich schöne, langsame und ruckelfreie Zeitlupe erzeugen. Das willst du aber. Eine schöne, ruckelfreie Zeitlupe ist eine der wichtigsten Kriterien für eine Action-Cam. Zeitlupe. Statt der normalen 25 Bilder pro Sekunde sollte die Bildrate der Action-Cam für Zeitlupe mindestens 100 Bilder pro Sekunde aufnehmen können. Das ist dann später die vierfache Zeitlupe. Drittens bei der Auflösung. Da solltest du auch nicht sparen. Sonst werden deine Videos nicht knackig scharf in 4K aufgenommen, sondern unscharf oder pixelig. Und viertens, das darf man auch nicht vergessen, versagen billige Action-Camps bei Aufnahmen bei wenig Licht. Also zum Beispiel in der Dämmerung oder in Innenräumen. Gute Action-Camps machen auch bei wenig Licht immer noch brauchbare Aufnahmen, ohne zu viel unschönes Bildrauschen. So, und was ist nun das wichtigste Feature und der größte Benefit einer Action-Cam? Das sind nicht die Megapixel. Das ist die Qualität der Stabilisierung. Ich zeige dir mal ein Beispiel. Links ohne Stabilisierung, rechts mit Stabilisierung. Du bewegst dich, du wackelst, du bist ja in Action. Und deine Action-Cam liefert dir nachher butterweiche Aufnahmen. Nicht nur auf dem coolen Snowboard, sondern auch ganz normal im Familienalltag, zum Beispiel auf dem Fahrrad oder wenn du läufst. Die Stabilisierung ist es auch, die den Preis bestimmt. Also es gibt Action-Camps, wie gesagt, für unter 100 Euro, von denen man nicht viel mehr erwarten darf, außer dass sie einigermaßen wasserfest und stoßfest sind. Gute Action-Camps liegen zwischen 200 und 400 Euro. Okay, damit kommen wir zu Punkt 2. Welches ist nun die beste Action-Cam für euch als Familie? Vor allem eine Marke hat bisher den Markt dominiert. GoPro. Die hatte ich bisher auch und war ganz zufrieden, bis ich dann mal die Action-Cam von DJI ausprobiert habe. Und ganz ehrlich, seitdem liegt meine GoPro meistens herum oder bleibt im Urlaub im Koffer. Also, die DJI Osmo Action, als die auf den Markt kam, da habe ich erst gemerkt, was mich an der GoPro eigentlich alles genervt hat. Zum Beispiel die Belegung der Funktion auf der seitlichen Taste. Die ist eigentlich zum Ein- und Ausschalten. Gleichzeitig liegt hier aber auch die Umschaltfunktion von Foto auf Video oder auf Zeitraffer. Manchmal will ich die Kamera ausschalten, stattdessen schaltet sie nur in den falschen Modus oder umgekehrt. Das nervt. Außerdem haben die meisten GoPros, die ich bisher hatte, ein Problem mit Abstürzen. Das heißt, der Prozessor ist überlastet, nichts geht mehr. Klar, eine Action-Cam muss in kurzer Zeit in einem super kleinen Gehäuse wahnsinnig viele Videodaten verarbeiten. Aber zu oft lässt sich bei den GoPros dann nicht mal mehr die Kamera ausschalten. Dann muss man im eingeschalteten Zustand die Kamera öffnen, den Akku herausnehmen, wieder einsetzen und hoffen, dass die Speicherkarte nichts abbekommen hat. Mein persönlicher Tipp für Familien wäre also eher die DJI Osmo Action. Die ist übrigens auch etwa 100 Euro günstiger bei etwa gleichen technischen Daten. Falls du eine GoPro haben willst, eine GoPro unter der Version 7 solltest du dir nicht mehr kaufen. Ab Version 7 macht die Stabilisierung richtig Spaß. Inzwischen gibt es hier die Version 8 und 9. Jedes Jahr kommt eine neue Kamera-Version heraus. Warten lohnt sich aber nicht. Fang lieber jetzt an. Wenn du etwas Geld sparen willst, kaufst du dir das zweitneueste Modell. Denn immer wenn ein neues Modell erscheint, dann wird die Vorversion günstiger. Meine Empfehlung verlinke ich übrigens unter diesem Video. Dritter Punkt, Familientauglichkeit. Ein riesen Vorteil von Actioncams, du kannst sie sogar ruhig mal deinem Kind in die Hand geben. Weil sie so robust ist und weil die Kids auch keine falschen Knöpfe drücken können. Würdest du deinem Kind zum Filmen dein Handy in die Hand geben, am Strand, am Pool, im Schnee oder beim Kanufahren? Mit Actioncams geht das. Aber zur Sicherheit gib deinen Kindern die Actioncams immer in einer solchen Handschlaufe. Sonst gehen sie verloren. Also die Actioncams, nicht die Kinder. Viertes Thema, super wichtig, Speicherkarten. Actioncams arbeiten mit solchen Micro SD-Karten. Die sind gerade mal so groß wie ein Fingernagel. Und die werden bei Actioncams besonders schnell voll. Weil hoch aufgelöste Videos in hoher Bildrate eben auch ein Vielfaches an Speicherkapazität brauchen. 16 GB ist zu wenig, ich empfehle eher die 32 GB. Nimm nicht die billigste, denn die kann vielleicht dann kein 4K aufnehmen oder keine Zeitlupe. Und eine Ersatzspeicherkarte ist dein Freund. Wenn die erste voll ist oder wenn sie mal ausfällt. Es ist sowieso immer besser mehrere Karten zu benutzen, als alle Aufnahmen eines ganzen Urlaubs auf nur einer einzigen Karte zu haben. Damit kommen wir zu Punkt 5, dem Akku. Das Problem, so schnell wie mit einer Actioncam die Speicherkarte voll wird, so schnell wird auch der Akku leer. Deshalb gilt hier, auch ein Ersatzakku ist dein Freund und das ist gut den immer dabei zu haben, mindestens einen. Kauf lieber gleich ein Set mit mehreren Akkus und einem richtigen Ladegerät. Dann musst du nicht immer die ganze Actioncam am Ladekabel aufladen. So, nächster super wichtiger Punkt Nummer 6, Schutz für das Objektiv. Actioncams halten eine Menge aus. Aber auch wenn eine Actioncam unverwüstlich erscheint, auch wenn kein Wasser und kein Schmutz in die Actioncam eindringen kann, auf der Linse kann sich eine Menge Schmutz einsammeln. Auch ein einziger Fingerabdruck kann deine Aufnahme fast unbrauchbar machen. Und nur weil deine Actioncam wasserfest ist, heißt das nicht, dass du keine Wassertröpfchen auf der Linse haben kannst oder Sand, Staub, Wasserspritze am Strand oder im Pool. Ja, all das macht deine Aufnahmen unscharf. Leider sieht man das oft nicht schon während der Aufnahme auf dem kleinen Display, sondern erst später am Computer. Ja, neben Schmutz sollte die Kameralinse auch mit harten Gegenständen keine Bekanntschaft machen, wie zum Beispiel Schlüsseln, denn die Linse deiner Actioncam kann natürlich zerkratzen. Ja, die Lösung für all das, hol dir so eine kleine Tasche, in der du die Actioncam sicher aufbewahren kannst. Und ja, da drin ist meist sogar noch Platz für so ein kleines Reinigungstuch, für einen Ersatzakku und für die Ersatzspeicherkarte. So, letzter Punkt, Nummer 7. Du kannst auch ein paar Euro in so ein flexibles Mini-Stativ investieren. Das kannst du hier ganz einfach an die Halterung der Actioncam dranschrauben und dann hast du mit diesem Stativ auch die Möglichkeit, mal Aufnahmen zu machen, wo ihr alle zusammen im Bild seid, also auch du. Kleiner Geheimtipp. Die meisten nutzen eine Actioncam bei Action. Eine Actioncam hat aber noch einen anderen riesigen Vorteil, den kaum jemand nutzt. Eine Actioncam filmt nicht nur Action. Sie ist auch ziemlich klein und kompakt. Deshalb kannst du damit nicht nur Action filmen, du kannst sie auch an ungewöhnliche Orte legen, an denen sonst keine Kamera Platz hätte. Zum Beispiel in eurer Wohnung. Du kannst aus etwas heraus filmen, durch etwas hindurch filmen. Ihr könnt eure eigene Wohnung aus einer ganz neuen Perspektive entdecken. Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Fazit. Gehört eine Actioncam für aktive Familien zur Grundausstattung? Ich finde absolut ja. Mein Tipp, fang jetzt an mehr von euren Aktivitäten zu filmen und so eure Erinnerungen zu bewahren an eure schönsten Familienerlebnisse. Damit ihr und eure Kinder auch jetzt und später immer wieder anschauen können, was für eine schöne Zeit ihr zusammen habt. Eure Kinder werden ja auch immer älter und kein Jahr kommt jemals zurück. Du machst deine Familienvideos immerhin für die wichtigste Familie der Welt. Deine Familie. Übrigens, dieses Video ist Teil einer dreiteiligen Serie für Familien. In den beiden anderen Videos geht es um diese kleinen 360 Grad Kameras für Familien und um solche Videodrohnen für Familien. Wenn dich das interessiert, dann schau dir auch die beiden anderen Videos an. Ich verlinke sie am Ende nochmal. Okay, und wenn du mehr über Actioncams wissen willst und die besten Tricks dafür kennenlernen willst. Es gibt einen Onlinekurs, der heißt Actioncam Videos machen. Da lernst du im Detail und Schritt für Schritt, wie viel Spaß ihr als Familie mit einer Actioncam haben könnt. Da zeige ich dir die Tricks, wie ihr damit coole Aufnahmen und Effekte macht, die man mit einem Handy einfach nicht hinbekommt. Am Strand, unter Wasser, im Schnee, im Freizeitpark oder eben zu Hause. Im Kurs empfehle ich dir auch das beste Actioncam Zubehör. Der Kurs kostet nur ein paar Euro und darin lernst du auch die besten Actioncam Perspektiven kennen. Wie du die schönsten Familienvideos machst, coole, einmalige und lustige Familienvideos. Und wie du mit der Actioncam die schönsten Zeitlupenaufnahmen machst und schnelle Zeitrafferaufnahmen. Ich erkläre dir natürlich die wichtigsten Actioncam Einstellungen und ich gebe dir für die Vorbereitung deiner Aufnahmen die ultimative 7-Punkte-Checkliste. Den Link findest du unter diesem Video. Bis dahin, filmt eure Lieben und liebt eure Filme.